Hallöchen und Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ihr habt abgestimmt und zwar bei Booster. Ich hoffe, ihr stimmt auch ab, weil welche Karte die beste war. Okay, und jetzt machen wir das mal. Ich muss kurz noch was gucken, weil ich bin mir nicht so sicher, ob ich die doppelten Karten dazugelegt habe. Aber habe ich. Okay, die erste Karte ist zum... Ich muss kurz diese Blume jetzt mal ein bisschen weglegen. Die erste Karte ist Marussia Pinilla. 422. Das ist jetzt wirklich sehr weit. Mit 400 habe ich noch gar nichts. Kann ich euch schon mal sagen. Hier, ich habe noch 400 nix. Aber hier die Defensive Lineup von Bayern. 398. 399. 140. 141. 142. Das mache ich jetzt mal ein bisschen schnell. Und... Ich habe die Karte gefunden. Der kommt hier rein. Marussia Pinilla kommt hier rein. Dann kommen wir hier zu. FIFA Futsu World Cup. Hat... 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 Eine... Also ist ein Hallenfuß FIFA. Okay, jetzt kann ich hier nur sagen. Deutschland ist nichts geworden. Fünfmal Brasilien und zweimal Spanien. Der Nummer 15. Ja, die ist ganz... Hier. Hier sind die Trophäen. Und hier kommt FIFA... Wurzel oder Futsu World Cup. Ja, und dann als nächste Karte. Dembélé. Umswegen. Dembélé. Ist auch ein bisschen schwierig. Aber die Nachnamen kann ich... Dembélé aus der Bundesliga. Von Frankreich. Der Nummer 28. Die muss ich jetzt. 30, 31, 32. Hier. Dembélé. Von Borussia Dortmund. Mir fällt was ein. Bei den goldenen sind die Transfers. Kann ich auch schon mal sagen. Und ja. Ivan Pazano. Die Nummer 206. Ich habe letzte Woche richtig... meine Mappe sortiert. Alpaka hat... Das war ein bisschen falsch. Aber... Nee. Ja. Ivan Pazano kommt hier rein. Neben Bruno Martins Indy. Ich kann euch nur mal sagen. Es gibt noch viele, viele Doppelte. die ich in dem Booster geöffnet habe. Ja. Und jetzt kommt... Rui Patricio. Torhüter von Portugal. Der... Wurde gegen Geschirr. Meister. Wer kommt jetzt hier hin? Rui Patricio. Hier. Die Mone Sasa. Den habe ich im ersten Booster... Booster. Den hat... Den ersten Booster richtig gut gefunden. Aber... Er verschießt immer. Der hat ja überhaupt Glück, dass er hier irgendwo einen Punkt hat. Weil sonst verschießt er immer. Das kann ich schon mal sagen. Wo ist jetzt er? Ah, Simone. Wo ist er? Hier. Alexandro mit der Nummer... 111 Und... 112 113 114 115 116 Ganz am letzten Der... Simone. Sasa. Sonja. Fernando. Fernando Warcher. Der Nummer... 279 Das gibt's... Das ist schon das letzte Team. Also das letzte International Team. Jetzt muss ich jetzt kurz gucken, wo der einsortiert wird. Schon wieder ganz am letzten. Fernando. Ganz am letzten kommt die alle. Gleich kommen auch die ganz doppelten Karten. Kostos... Kostas... Kostas... Manolas. Ach, gleich kommen gleich die doppelten Karten. Dann hier schon das Team. Und... Neben Antonia Rüdiger kommt... Manolas... Manolas... Von... AS Rom. Jetzt kommen hier die ganzen doppelten Karten. Äh... Daos... Was? Glaube ich. Das werden jetzt viele ganzen doppelten Karten. Äh... Von Chile. Glaube ich nicht. Ich hoffe... Jetzt kann ich hier noch richtig aussprechen. Edua... Da... Eduardo... Eduardo... Vargas... Wie Arturo Vidal... Ne, nicht wie Arturo Vidal. Aber Arturo Vidal ist auch ein Genie, ne? Den hab ich doppelt. Sag's ja. Ich krieg jetzt die ganzen doppelten Karten von mir. Hm. Romelu Lukaku hab ich auch doppelt. So, muss auf Stopp. Hab ich auch doppelt. Geht jetzt heute gar nicht mehr. Nina. Das ist gar kein richtiges Mappen-Update jetzt. Tut mir das nicht so an, Panini. Ich brauch doch auch neue Karten, um mein Album vollzukriegen. Den hab ich doppelt. Das ist doch so spott. Nein, das war gar keine Sprache, doppelt zu... Doppelt zu zu kriegen. Ach, da war das... Das war Renska, aber es war Rosi. Auch doppelt solcher Gera. Denn ich... Die Butch... Auch doppelt. Jetzt hier Silsen. Jasper Silsen. Silsen. Brust in Nassau. Silsen auch doppelt. Da drüben. Renato Sonscheff. Boah, bitte nicht doppelt. Ich mag's nicht. Auch doppelt. Gar nicht gut. Nun hier. Der wird auf jeden Fall doppelt sein. Ach, Panini tut mir doch nicht so ein schönes Mappen an. Doppelt. Nun hier. Okay, jetzt Maidana. Den müsste ich aber auch eigentlich doppelt haben. Maidana. Maidana. Doppelt. Also das war's wenigstens mit dem Mappen-Update. Es waren so viele Karten. Und so viele. Doppelt. Ich kann jetzt auch nicht mehr doppelt, doppelt, doppelt reden. Ich guck jetzt mal, wie ich Karten ich habe. Zehn Karten habe ich doppelt. Wofür ich drei Booster geöffnet habe. Also durch drei Booster. Ich habe nur acht neue Karten. Ne, irgendwann wird nochmal ein Video kommen. Aber das mit dem Booster, das war richtig cool. Vielleicht könnt ihr auch mal cool schreiben in den Kommentaren. Damit habe ich mir vielleicht was auch gemacht. Also, wenn ihr das Booster, drei Booster gucken wollt, dann geht auf meinen Kanal. Und da findet ihr das 3 4365 3 Booster. Und das wird es auch nicht so manchmal geben, aber bei dem Booster mache ich das so. Ich kann hier auch schon einen Booster zeigen. Guck. Da sind hier ein paar Karten drin. Also ich tue jetzt mal den hier rein. Ich tue jetzt mal den hier als erstes rein. Dann öffne ich diesen Booster. Und dann muss ich hier eine beste Karte da raussuchen, die mir gefällt. Wenn ihr das wieder anschauen wollt, geht auf meinen Kanal. Und tschüss. Tschüss.